Leute, willkommen bei BK investiert. Heute reden wir mal über Bitcoin und über unseren Black Friday, den wir ja wirklich dementsprechend benennen können. Also diesmal ist wirklich Black Friday angesagt. Also allein was heute hier im Bitcoin abgegangen ist, wir werden mal ein bisschen drüber sprechen und uns ein paar Charts anschauen und diese Korrektur mal ein bisschen durchgehen für die, die auch neu sind und die, die schon ein bisschen länger dabei sind, für die ist das höchstwahrscheinlich nichts Besonderes. Aber gerade für die Neueren ist das hier eine doch krasse Situation, sage ich mal. Ist auch für mich, der jetzt schon ein bisschen länger drin ist, auch immer wieder krass zu sehen, was da für Schwankungen drin sind, was da von der Volatilität drin ist. Das ist schon bemerkenswert, aber man muss hier einfach ganz klar kühlen Kopf bewahren und das Ganze einfach mal ein bisschen beobachten, ganz klar. Okay, jetzt schauen wir mal. Ich habe jetzt hier mit Absicht mal ungefähr einen Tag aufgemacht. Ja gut, ist ein bisschen länger als ein Tag, aber ist jetzt anderthalb Tag ungefähr. Wir sind hier bei 17.000 ungefähr gewesen und sind jetzt hier runter auf 11. Also das ist schon ziemlich massiv, was jetzt hier innerhalb dieser kurzen Zeit abgegangen ist. Ja, man sieht hier unten war er bei 11.000 knapp ungefähr. Jetzt ist er umgedreht und ist gerade wieder aktuell bei knapp 13.000. Also das sind schon in kürzester Zeit krasse Schübe. Und ich glaube, wir haben auch langsam das Ende der Fahnenstange, der Korrektur erreicht. Denn das, was heute noch mal abgegangen ist, war einfach, ja, muss man ganz klar sagen, das war ein regelrecht Panikverkäufe. Also das kann man schon so sagen. Ich gehe jetzt mal hier in den Chart ein bisschen zurück, dass man ein bisschen mehr Übersicht hat. Also hier war es allzeithoch bei 19.666 und ja, jetzt hier das absolute Tief. Heute Mittag rum war ungefähr bei 11.160. Also schon sehr extrem. Und man sieht auch hier diesen Verlauf. Ich meine, das ist hier, sage ich mal, noch normal gewesen hier oben, dass er so ein bisschen runter geht, so bei 18.000, 19.000. Hier, ab hier wurde es dann schon ein bisschen, ein bisschen heftiger. Hier sind wir dann auch runtergegangen, teilweise auf 17. Hier kurzzeitig mal bei 15.5. Und jetzt haben wir noch eine viel, viel steilere Kurve. Und ja, hier geht es mal richtig krass runter bis zu 11. Also das ist schon, schon auf jeden Fall massiv. Braucht man gar nicht diskutieren. Es ist einfach so. Damit schauen wir uns nur mal zurück. Wir haben jetzt hier am 24. November, also das ist jetzt ungefähr ein Monat, muss man sich mal vorstellen. Bei einem Monat waren wir ja erst mal bei knapp 8.000 Dollar. Also wenn man das mal betrachtet, ist Bitcoin die letzten, ja hat den letzten Monat auf jeden Fall auch heiß gelaufen. Also innerhalb von einem Monat über verdoppelt. Also ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, dass hier mal eine Korrektur fällig war. Wir können auch noch ein bisschen zu weiter, zu weiter, sage ich schon, ein bisschen weiter zurückschauen. Wenn wir hier sehen, dass wir hier im September, da muss man sich überlegen, im September waren wir hier bei 3.000 Dollar, sind jetzt hier auf 20.000 hochgefahren. Ich meine, ihr seht, ich habe hier schon ein paar Linien eingezeichnet, was so der normale Trend wäre. Ob er den antestet, wird sich zeigen. Aber zumindest wäre das mal so der erste größere Widerstand auch oder Unterstützung, sagen wir es mal lieber, wo man sagen kann, okay, also hier irgendwo um die 10.000 oder vielleicht auch schon jetzt. Natürlich, hier ist noch Luft, brauchen wir nicht drüber reden. Also das heißt nicht, dass jetzt schon vorbei ist. Aber hier ist noch Luft nach unten. Kann aber auch genauso gut sein, dass er jetzt einfach hochzieht. Klar, hier kann man schon mal ein paar Positionen aufbauen, man weiß ja nicht, was kommt. Aber das kann man ja alles noch ein bisschen beobachten, auf jeden Fall, wie das Ganze ausschaut. Es ist ja nicht nur der Bitcoin nach unten gegangen. Wir können uns ja mal die komplette Marktkapitalisierung anschauen, wenn man hier auf CoinMarketCap ist. Ich habe jetzt hier auch erstmal nur einen Tag hier in der Übersicht. Hier waren wir noch bei über 600.000 insgesamt. Und seit heute ist der komplette Markt runter auf 400. Also das sind ja, das sind ungefähr 30 Prozent ist jetzt der Markt insgesamt, der komplette Markt. Also wir reden hier von 1.375 Kryptowährungen. Und der hat sich mal eben um 30 Prozent vom Wert von der Marktkapitalisierung geschmälert. Also das ist schon massiv. Wenn ich jetzt hier mal ein bisschen weiter aufmache, man sieht auch, dass hier einfach dieser Einsturz, also da wo wir jetzt aktuell stehen, stand mal irgendwo 2016 fast ungefähr, Anfang 2017. Also hier ist jetzt wirklich nochmal eine richtig fette Korrektur gekommen. Das muss man auf jeden Fall beobachten. Die Bitcoin-Dominanz liegt immer noch bei 46 Prozent. Das ist immer noch sehr, sehr gut. Zumindest ist meine Einschätzung dazu. Und jetzt schauen wir nochmal hier zurück in den Chart. Also wie gesagt, ich denke, wir haben hier schon gut verloren oder gut verloren, kann man nicht sagen. Wir sind hier schon gut korrigiert. Die Frage ist, okay, ist jetzt hier schon Schluss oder macht er wirklich noch die Korrektur in dem Bereich 8.000 bis 12.000? Ob er hier nochmal reinkommt, wird sich dann zeigen. Aber aktuell wirklich sehr, sehr blutig. Das Ganze, ich will auch mal generell über Bitcoin sprechen, weil die Meinungen gehen ja da auseinander. Generell der Kryptomarkt, man sieht ja auch ziemlich viele Berichte in der Zeitung und alles Mögliche von wegen Blase und diese ganzen Geschichten. Aber man muss ja mal eins, muss man mal ganz klar sagen, das muss wirklich jedem bewusst sein. Es geht ja hier nicht darum, dass man sagt, okay, wie bei Immobilien zum Beispiel. Immobilien war eine Asset-Klasse, die gibt es schon immer. Also jeder hat schon in Immobilien investiert. Wenn es dort so extrem ansteigt, kann das durchaus eine Blase darstellen. Das ist wahr. Aber man weiß es ja auch nicht. Das ist ja immer das Problem. Man weiß nicht, ob es eine Blase ist, ob die Nachfrage wirklich so hoch ist und ob es das wirklich wert ist. Das ist halt immer die Frage irgendwo. Ich habe es jetzt bei uns gesehen, auch in der Nähe. Ich wohne hier in der Nähe Ingolstadt. Also dort sind mittlerweile auch Wohnungen exorbitant teuer. Also das ist schon ein Niveau, wo ich sagen muss, okay, also wer kann das noch bezahlen? Also das ist wirklich krass. Da sehe ich die Gefahr eher noch als im Kryptomarkt, weil Kryptomarkt, muss man ganz klar sagen, ist seit 2017 irgendwo mittlerweile auch eine neue Asset-Klasse, wo noch fast keiner investiert ist. Und das ist eigentlich der Hauptunterschied. Es ist eine Investitionsmöglichkeit, wobei man ganz klar sagen muss, es ist dennoch spekulativ. Wir wissen ja nicht, was in Zukunft passiert, aber es ist eine Investitionsmöglichkeit, wo noch nicht viele drin sind. Und dort sind natürlich Steigerungswerte ganz klar, dass dort der Kurs und der Preis auch dementsprechend nach oben gehen können, ohne eine Blase zu sein, weil dort eben komplett frisches Kapital reinkommt. Das ist nichts, was die Leute schon seit 10.000 Jahren halten. Oder Gold ist das Gleiche. Wir reden ja hier nicht von einer Asset-Klasse, die es schon ewig gibt. Diese Klasse ist eine neue Klasse, wenn man es ganz genau nimmt. Und dass dort solche extremen Kurssteigerungen möglich sind. Erstens haben wir es jetzt gesehen, es ist durchaus möglich. Und zum anderen muss man ganz klar sagen, das muss keine Blase sein, überhaupt nicht. Viele schauen sich den Chart auch, ja ich sage jetzt mal nicht falsch an, aber anders. Ich kann euch das mal eben demonstrieren, für diejenigen, die sich manchmal so einen Chart anschauen und denken sich so, was ist denn da verkehrt? Also die meisten Charts schauen ungefähr so aus. Ich gehe jetzt mal ein bisschen zurück, dass ihr seht, was ich meine. Genau. Jetzt gehen wir mal hier, das geht bis zurück bis Anfang 2016. Das sind jetzt ungefähr zwei Jahre. Wenn man sich das mal so anschaut, schaut es natürlich extrem übertrieben aus. Ist klar. Das ist aber ein linearer Chart. Das ist ein Unterschied. Zu Chart-Techniken werde ich noch einen Kurs machen nächstes Jahr. Ich werde Chart-Technik-Analyse noch machen, nur so am Rande. Ich werde auch noch einen Krypto-Grundkurs machen. Ich werde ein Musterportfolio aufsetzen zum Nachmachen, wenn man das möchte. Und ich werde mich auch dann nochmal mit Aktien, die mit der Blockchain zu tun haben, an der Börse auch nochmal beschäftigen. Also hier einfach, wenn ihr das interessant findet, bleibt einfach dabei. Und wenn ihr noch Leute habt, die vielleicht interessant sind oder die sich dafür interessieren oder sich da mehr informieren wollen, gebt ihnen einfach meinen Kanal, teilt einfach den Link und dann wissen auch die anderen Bescheid und können sich dahingehend auch ein bisschen informieren, weil nächstes Jahr geht es quasi los. Ich werde 2018 das Ganze anfangen und da so Grundlagenkurse beginnen in der Serie. Halt einfach keine langen Videos, kurze Videos, so wie ihr es von mir gewohnt seid. Ich mag da keine halben Stunden Videos. Ich mag die selber nicht. Immer so 10 Minuten oder so höchstens, dass man da einfach mal langsam in das Ganze reinkommt, dass man jede Woche mal zwei, drei Videos hat, wo man sagt, okay, hier ist eine Info, da ist eine Info. Ich komme langsam in das ganze Thema rein. Genau. Aber jetzt mal zurück zum Chart. Das sehen die meisten, die einen Chart anschauen. Und jeder, der an der Börse ist oder auch ein bisschen Ahnung hat, was Charts angeht, zeige ich euch einen kleinen, ich sage nicht Trick, aber zeige ich euch mal, was denn der Unterschied ist. Was sehen Trader und was sehen die meisten Leute, die von Charts keine Ahnung haben? Das hier sehen Trader. Das ist ein logarithmischer Chart und das andere war ein linearer Chart. Ihr seht, ich bin immer noch in der gleichen Zeitzone, nur ist die Darstellungsweise eine ganz andere. Und wenn man traden möchte, ich gehe jetzt hier nochmal ein Stück zurück. So. Jetzt bin ich schon im Jahre 2011 gelandet. August bis heute. Also das ist hier quasi August 2011 bis jetzt. Wenn man das sieht, sagt man sich so, okay, krass. Also das schaut mal nach einer Blase aus, oder? Könnte man meinen. Okay, jetzt machen wir hier mal Logarithmic rein. Und jetzt sehen wir, okay, es hat sich schon extrem hoch, aber es schaut bei Weitem nicht mehr so aus wie vorher. Also hier ist auf jeden Fall die Darstellungsweise ganz, ganz wichtig, wie man das Ganze anschaut. Und deswegen wollte ich euch mal ein bisschen einführen in das Ganze, dass ich auch nächstes Jahr dieses neues Format quasi mache. So eine Art, ich sage mal Krypto Grundkurs, wenn man das so sagen möchte. Und möchte jeden ein bisschen einfach das mal zeigen. Ich habe ja auch ganz viele, ganz viele Sachen gelernt in den letzten Jahren, die ich so noch nicht veröffentlicht habe oder die ich noch niemanden gezeigt habe. Und ich denke, das ist doch sehr, sehr interessant, weil der ganze Markt ist auch sehr interessant, muss ich sagen. Und jetzt schauen wir einfach mal, was hier auch in Zukunft mit dem Bitcoin passiert. Und ja, das war jetzt eigentlich das Video. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht machen. Ich wollte mal hier ein bisschen darüber reden, über Bitcoin, über die, über die Sachen, die in die Medien quasi breitgetreten werden. Und ja, dass in Zukunft auf jeden Fall hier noch ein Content folgen wird, der einige interessieren könnte. Und ja, da freue ich mich eigentlich aufs nächste Jahr. Es wird spannend. Ich wäre jetzt zwischen die Feiertage dann zwischen Weihnachten und Silvester, wäre ich für mich selber so ein bisschen meine Roadmap machen, was für Themenbereiche ich jetzt erst mal die nächsten Monate auch mache. Und dann geht es nächstes Jahr quasi richtig los mit dem Grundkurs. Und ich werde auch natürlich ganz klar ins Detail gehen. Das ganze Ding wird mit Sicherheit das ganze Jahr 2018 ausfüllen, schätze ich mal. Weil wenn, dann will ich das auch so machen, dass es wirklich jeder versteht. Und dass es auch dann teilweise, je nachdem, wie tief man es anschauen will, auch ein bisschen ins Detail geht. Was wichtig ist, um gewisse Dinge zu verstehen, ist ganz klar. Okay, das war es dann soweit, Leute. Ich wünsche euch was. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, abonniert mich. Und vor allen Dingen ganz wichtig, nächstes Jahr geht es los mit den Grundkursen. Wenn ihr Bekannte habt, wenn ihr Freunde habt oder Familie, die noch nichts davon wissen, lasst denen doch einfach den Link dort. Schickt den weiter, verteilt den per E-Mail oder Facebook. Und dann kriegen auch die anderen Leute mit und werden quasi crypto-fit. Alles da, Leute. Ich wünsche euch was. Ciao.